Klamotten vor, Hoodie, T-Shirt. Wir haben hier einen Partner, das ist die Firma Jünger Berufsbekleidung. Da wird demnächst der Link auf unserer Seite Barracuda Europe zu finden sein, mit einer großen Auswahl an Klamotten. Caps, Snapcaps, T-Shirts, Hoodies, Polos und so weiter und so fort. In Größen für Männer und Frauen, in allen Varianten. Racestyle gewünscht, dann demnächst Barracuda Europe, der Link zum Shop von Jünger Berufsbekleidung mit den Racing Closes von Barracuda. So, das war ein kurzer Ausschnitt zu den Klamotten.